Ich heiße Franz Bittermann, bin mittlerweile seit ca. 32 Jahren bei HartlHaus beschäftigt als Tischlermeister. Meine Mannschaft umfasst 35 Mitarbeiter inklusive Lehrlinge. Unsere Mannschaft besteht aus unterschiedlichsten Charakteren und genau deshalb sind wir so kreativ. HartlHaus ist bekannt als Fertighaushersteller. Zusätzlich dazu bieten wir mit unserer hauseigenen Tischlerei alle Tischlereiprodukte von Haustüren, Fenster, Wintergärten, Treppen, Möbel, Innentüren. Alles aus eigener Hand, das gewährleistet ein durchgängiges Design von A bis Z und ein wirkliches harmonisches Ganzes. Wir legen großen Wert auf die Qualität von der Beratung bis zur Planung. Wichtig ist uns vor allem die individuelle Bedarfsermittlung, damit wir maßgeschneidert die Wünsche unserer Kunden zur vollsten Zufriedenheit umsetzen können. Durch die hohe fachliche Kompetenz der Kollegen, sowohl in der Planung als auch in der Produktion, können wir wirklich sicherstellen, dass wir diesen Bedürfnissen vollumfänglich nachkommen. Besonders freut es mich, dass der Großteil unserer Kunden aufgrund von Weiterempfehlungen, positiven Weiterempfehlungen kommen. Und das ist ein wirkliches Plus unserer Firma, dass wir wirklich sehr viel von Weiterempfehlungen legen. Besonders wichtig ist mir bei Ausbauarbeiten oder Tischlereiarbeiten immer, dass man das Gesamte im Fokus hat, selbst wenn man es auf Etappen macht. Aber das Ganze soll, wenn es fertig ist, eine Einheit ergeben. Besonders wichtig ist mir aber auch immer eine Offenheit, was das Budget anbelangt. Es heißt nicht immer, dass alles, was viel Geld kostet, gut sein muss und schön sein muss, sondern es kommt immer darauf an, was mache ich daraus, welcher Budget habe ich. Und mit dem Budget muss man planen und das Beste daraus machen, dass da immer Offenheit herrscht und ein Fairplay mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten, muss man das Beste machen. Freude an meinem Beruf macht mir in erster Linie einmal der Werkstoff Holz. Es gibt keinen genialeren Werkstoff wie Holz, der so individuell, so ausdrucksstark und so vielseitig ist. Ich habe als Hobby noch immer die Tischlerei, wo ich wirklich eins, zwei, eins selber werke. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, da kann ich schöpfen daraus.